Bist du rechts? Eher rechts als links. Das sage ich jetzt einfach mal so kategorisch in die Kammer. Ach, hier ist eine Kamera? Aber ich finde, das ist auch, nein, in ganz, ganz vielen Punkten nicht zum Beispiel. Das ist ja irgendwie das Verrückte. In manchen Punkten vielleicht schon. Also gut, das könnte ich jetzt zum Beispiel von mir niemals behaupten. Also so ein Satz könnte ich niemals sagen, dass ich eher rechts bin als links. Also da müsste man sich jetzt tatsächlich länger drüber unterhalten. Das würde ich gerne verstehen. Also ich bin natürlich, ich würde mich immer als eher links sehen, ist ja klar.